Herzlich willkommen bei LWL Reisen Lorenz, Ihrem Kreuzfahrtspezialisten. Bevorzugen Sie das Ambiente der traditionellen Kreuzfahrt oder möchten Sie die legere sportliche Art genießen? Wir bringen Sie zu Ihrem Traumschiff. Für Freunde des Cluburlaubs haben wir viele Angebote, die Sport, Unterhaltung, täglich neue Kulturtermine, aber auch Ruhezonen kombinieren. Abenteurer entstehen unsere spannenden Expeditionskreuzfahrtschiffe zur Verfügung. Zudem bieten wir regelmäßig Gruppenkreuzfahrten an. Wir finden das Traumschiff für Sie. Hier finden Sie Ihren Traumurlaub.